Schneeweißchen und Rosenrot von den Gebrüdern Grimm Nach einiger Zeit schickte die Mutter die Kinder in den Wald, reisig zu sammeln. Da fanden sie draußen einen großen Baum, der lag gefällt auf dem Boden, und an dem Stamme sprangen zwischen dem Gras etwas auf und ab. Sie konnten aber nicht unterscheiden, was es war. Als sie näher kamen, sahen sie einen Zwerg mit einem alten, verweckelten Gesicht und einem ellenlangen, schneeweißen Bart. Das Ende des Bartes war in eine Spalte des Baums eingeklemmt, und der Kleine sprang hin und her wie ein Hündchen an einem Seil und wusste nicht, wie er sich helfen sollte. Er glotzte die Mädchen mit seinen roten, feurigen Augen an und schrie, »Was steht ihr da? Könnt ihr nicht herbeigehen und mir Beistand leisten?« »Was hast du da angefangen, kleines Männchen?«, fragte Rosenrot. »Dummer, neugieriger Gans!«, antwortete der Zwerg. »Den Baum habe ich mir spalten wollen, um kleines Holz in der Küche zu haben. Bei den dicken Klötzen verbrennt gleich das bisschen Speise, das unser Rainer braucht, der nicht so viel hinunterschlingt als ihr grobes, gieriges Volk. Ich hätte den Keil schon glücklich hineingetrieben, und es wäre alles nach Wunsch gegangen, aber das verwünschte Holz war zu glatt und sprang unversehens heraus, und der Baum fuhr so geschwind zusammen, dass ich meinen schönen weißen Bart nicht mehr herausziehen konnte. Nun steckte er drin, und ich kann nicht fort. Da lachen die albenen, glatten Milchgesichter. Pfui, was seid ihr garstig!«, Die Kinder gaben sich alle Mühe, aber sie konnten den Bart nicht herausziehen. Er steckte zu fest. »Ich will laufen und Leute herbei holen«, sagte Rosenrot. »Wahnsinnige Schafsköpfe«, schnarrte der Zwerg. »Wer wird gleich Leute herbei rufen? Ihr seid mir schon um zwei zu viel. Fällt euch nicht Besseres ein?« »Sei nun nicht ungeduldig«, sagte Schneewittchen. »Ich will schon Ratschaffen«, holte sein Schärchen aus der Tasche und schnitt das Ende des Bartes ab. Sobald der Zwerg sich frei fühlte, griff er nach seinem Sack, der zwischen den Würzeln des Baums steckte und mit Gold gefüllt war, hob ihn heraus und brummte vor sich hin. »Ungehörbenes Volk, schneidet mir ein Stück von meinem stolzen Barte ab. Lohnt euch der Guckguck!«, Damit schwang er seinen Sack auf den Rücken und ging fort, ohne die Kinder noch einmal anzusehen. Einige Zeit danach wollten Schneewaisschen und Rosenrot ein Gericht Fischer angeln. Als sie nahe bei dem Bach waren, sahen sie, dass etwas wie eine große Heuschrecke nach dem Wasser zuhüpfte, als wollte es hineinspringen. Sie liefen heran und erkannten den Zwerg. »Wo willst du hin?«, sagte Rosenrot. »Du willst doch nicht ins Wasser?« »Solch ein Narr bin ich nicht«, schrie der Zwerg. »Seht ihr nicht? Der verwünschte Fisch will mich hineinziehen.« Der Kleine hatte da gesessen und geangelt, und unglücklicherweise hatte der Wind seinen Bart mit der Angelschnur verflochten. Als gleich darauf ein großer Fisch anbiss, fehlten dem schwachen Geschöpfe die Kräfte, ihn herauszuziehen. Der Fisch behielt die Oberhand und riss den Zwerg zu sich hin. Zwar hielt er sich an allen Halmen und Binsen, aber das half nicht viel. Er musste den Bewegungen des Fisches folgen und war in beständiger Gefahr, ins Wasser gezogen zu werden. Die Mädchen kamen zu rechter Zeit, hielten ihn fest und versuchten, den Bart von der Schnur loszumachen. Aber vergebens Bart und Schnur waren fest ineinander verwirrt. Es blieb nichts übrig, als das Schärchen hervorzuholen und den Bart abzuschneiden, wobei ein kleiner Teil desselben verloren ging. Als der Zwerg das sah, schrie er sie an. »Ist das man ihr, ihr Lorche, einem das Gesicht zu schänden? Nicht genug, dass ihr mir den Bart unten abgestützt habt. Jetzt schneidet ihr mir den besten Teil davon ab. Ich darf mich vor den Meinigen gar nicht sehen lassen, dass ihr laufen müsstet und die Schuhsohlen verloren hättet.« Dann holte er einen Sack Perlen, der im Schilfe lag, und ohne ein Wort weiterzusagen schleppte er ihn fort und verschwand hinter einem Stein. Es trug sich zu, dass bald hernacht die Mutter die beiden Mädchen nach der Stadt schickte, Zwirn, Nadel, Schnüre und Bände einzukaufen. Der Weg führte sie über eine Heide, auf der hier und da mächtige Felsenstücke zerstreut lagen. Da sahen sie einen großen Vogel in der Luft schweben, der langsam über ihnen kreiste, sich immer tiefer herabsenkte und endlich nicht weit bei einem Felsen niederstieß. Gleich darauf hörten sie einen durchdringenden, jämmerlichen Schrei. Sie liefen herzu und sahen mit Schrecken, dass der Adler ihren alten Bekannten, den Zwerg, gepackt hatte und ihn forttragen wollte. Die mitleidigen Kinder hielten gleich das Männchen fest und zehrten sich so lange mit dem Adler herum, bis er seine Beutel fahren ließ. Als der Zwerg sich von dem ersten Schrecken erheult hatte, schrie er mit einer kreischenden Stimme. Könntet ihr nicht säuberlicher mit mir umgehen? Gerissen habt ihr an meinem dünnen Rücken. Dann nahm er einen Sack mit Edelsteinen und schlüpfte wieder unter den Felsen in seiner Höhle. Die Mädchen waren an seinen Undank schon gewöhnt, setzten ihren Weg fort und verrichteten ihr Geschäft in der Stadt. Als sie beim Heimweg wieder auf die Heide kamen, überraschten sie den Zwerg, der auf einem reinlichen Plätzchen seinen Sack mit Edelsteinen ausgeschüttelt und nicht gedacht hatte, dass so spät noch jemand daherkommen würde. Die Abendsonne schien über die glänzenden Steine. Sie schimmerten und leuchteten so prächtig in allen Farben, dass die Kinder stehen blieben und sie betrachteten. Was seht ihr da und habt Maulaffenweil? schrie der Zwerg und sein aschgraues Gesicht ward zinnobenrot vor Zorn. Er wollte mit seinen Scheldworten fortfahren, als sich ein lautes Brummen hören ließ und ein schwarzer Bär aus dem Walde herbeitrabte. Erschrocken sprang der Zwerg auf, aber er konnte nicht mehr zu seinem Schulbwinkel gelangen. Der Bär war schon in seiner Nähe. Da rief er in Herzensangst. Lieber Bär, verschont mich! Ich will euch alle meine Schätze geben. Seht, die schönen Edelsteine, die da liegen, schenkt mir das Leben. Was habt ihr an mir, kleinen schmächtigen Kerl? Ihr spürt mich nicht zwischen den Zähnen, da die beiden gottlosen Mädchen packt. Das sind für euch zarte Bissen. Fett wie junge Wachteln. Die fressen in Gottes Namen. Der Bär kümmerte sich um seine Worte nicht, gab dem Boshaften geschöpft einen einzigen Schlag mit der Tatze und es regte sich nicht mehr. Die Mädchen waren fortgesprungen, aber der Bär rief ihnen nach. Schneeweißchen und Rosenrot, fürchtet euch nicht. Wartet, ich will mit euch gehen. Da erkannten sie seine Stimme und blieben stehen. Und als der Bär bei ihnen war, fiel plötzlich die Bärenhaut ab und er stand da als ein schöner Mann und war ganz in Gold gekleidet. Ich bin eines Königssohn, sprach er und war von dem gottlosen Zwerg, der mir meine Schätze gestollen hatte, verwünscht als ein wilder Bär, in dem Walde zu laufen, bis ich durch seinen Tod erlöst würde. Jetzt hatte er seine wohlverdiente Strafe empfangen. Schneeweißchen ward mit ihm für Meld und Rosenrot mit seinem Bruder und sie teilten die großen Schätze miteinander, die der Zwerg in seiner Höhle zusammengetragen hatte. Die alte Mutter lebte noch lange Jahre ruhig und glücklich bei ihren Kindern. Die zwei Rosbäumchen aber nahmen sie mit und sie standen vor ihrem Finster und trugen jedes Jahr die schönsten Rosen, weiß und rot. Das Ende der Zwerg in seiner Höhle